Hallo ihr Lieben, Willkommen bei Medjana zockt mit eurer Engalinchen. Wir spielen Tour 4 und waren stehen geblieben bei diesem wunderschönen Kunstwerk und kommen nicht weiter. So, ich habe, glaube ich, den Fehler gefunden, aber wir werden gleich sehen, ob es der ist. Und er war es. Ein blauer Strich. So, können wir jetzt das... Okay. Ich brauche einen Hammer und Nägel. Haben wir nicht. Toll. Das schönes Kunstwerk zerstört. Achso, hier war, genau, hier war mal Kassette, hier fehlt ein Mosaik und irgendwas. Okay. Warum Mäuse immer an Drähten nagen, werde ich nie begreifen. Zum Glück kann man Dräht mit Isolierband reparieren. Okay. Schlüssel, 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 Schlüssel. Okay. Wäre ja auch zu schön. Okay, also wir haben Topflappen. Das wäre, glaube ich, für den Ofen. Oh, haben wir da auch schon mal reingeguckt? Ja. Der Brunnen ist sehr tief. Scheint, als befindet sich ein Zimmer darunter. Okay. So, jetzt weiß ich aber... Nee, okay, das ist da. Da ging's nicht weiter. Wo war denn der Raum? Genau, hier. Machen wir erst mal Topflappen. Da. Oh, okay. Äh, Schöpfkeller. Wie jetzt, so? Ähm. Okay. Das Schloss ist viel zu verrostet, um es mit einem Schlüssel zu öffnen. Öl. Okay. Geht wohl auch noch nicht. Wir hatten doch irgendwo... Ähm. Das Ding mit der Rose. Nee, das war nicht hier. Da. Oh, eine Rose. Mein Großvater, als er noch jung war, nach seinem Tod stellte meine Großmutter... Mutter... Okay, anscheinend brauchen wir auch noch ein Bild. Na toll. Ah. Ja. fearlessch... Ende. Erst mal hin. Ja, also... Aha. degeneratемся. Nicht ça,uce. Was war das jetzt? Fängt das jetzt, fängt eine neue Runde an, oder wie? Ja, anscheinend. Okay, solange wird man ein bisschen... Ist das jetzt wieder eine neue Runde? Ja, anscheinend. Ja, anscheinend. Okay, jetzt bin ich durcheinander. Was? Okay, Glück gehabt. Oh, das hat mich gerade echt irritiert. Und nun? Hä? Was war das jetzt? Die Position der Ritter kommen hier... Ach so, okay. Ach so. Und da muss ich die Bilder richtig anordnen, dann wahrscheinlich... Okay. Ach so, was war denn hier nochmal? Okay. Halt, da. Hm. Hm. Okay, irgendwie stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Da fehlt uns auf jeden Fall was. Da fehlt das Herz, da fehlt noch irgendein Schlüssel. Da fehlt eine Fernbedienung. Ach, waren wir... Warte mal. Waren wir eigentlich schon oben? Nee. Mutter verboten, uns nach oben zu gehen. Wir wollten uns immer reinschleichen. Und schneller konnte ich nicht lesen. Vielleicht finde ich was Nützliches. Äh. Okay, ein Brechäuzen. Katzen. Oh, guck mal hier. Nee. Hm. Nüsse. Ah. Noch mehr brauchen wir nicht. Okay. Ich frage mich, warum unsere Mutter nie erlaubt hat, dieses Zimmer zu betreten. Hier scheint etwas zu fehlen. Okay. Brecheisen. Nüsse. Nüsse. Der Mechanismus klemmt vielleicht ein bisschen Öl. Okay. Ein Herz. Ähm. Ein Herz. Hm. Da. Okay, eine Fernbedienung. Guck mal hier. Oh. Hä? Okay. Ein. Warte mal. Hier. Äh. Ein Glasauge. Achso, ein Glasauge. Ne, noch schlimmer eigentlich. Das Essen ist fertig. Ich kann noch nicht gehen, aber ich kann auch nicht warten, bis ich gehen kann. Meinem ganzen Leben hätte ich nicht erwartet, dass meine Großmutter so böse werden konnte. Der Elefant war sicherlich nur eine Ausrede und der wahre Grund war etwas ganz anderes. Wie traurig. Ich weiß, ich weiß, dass du dies kaputt gemacht hast. Ich spreche nicht mehr mit dir. Ich werde keinen Moment länger mit dir unter einem Dach wohnen. Es ist alles deine Schuld. Wir hatten immer Geld. Wir haben ihr Geld nicht gebraucht und schon gar nicht haben wir dieses Haus gebraucht. Du weißt ganz genau, was sie unserer Tochter angetan haben. What? Im Moment habe ich wirklich keine Zeit, um mein Buch zu lesen. Sieht so aus, als müsste sich hier ein weiterer Elefant befinden. Okay. Aber der scheint ja kaputt zu sein. Diese Richtung schaue ich auf keinen Fall. Okay. Hä? Ist nur der eine Raum so anders? Messer-Mosaik. Ich weiß nicht mehr, wo dieses Ding war, wo wir das zusammengebaut haben. Wo war denn das? Na, auf dem Klo nicht. Wo haben wir denn das Mosaik zusammengebaut? Wir haben da jetzt nur das blöde Messer bekommen. Und eine Brechstange. Aber das sieht eher aus wie für ein Schraubenzieher. Ähm. Naja, ihr wisst schon. Das andere Ding halt. Ein Knochen. Oder weiß ich nicht, wie man das nennt. Warte mal. Warte mal. Vor allen Dingen. Anstatt. Lötlampe. Okay, ich stehe gerade irgendwie ganz schön auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung. Das war doch jetzt die... Oh, Pissraube. Messer. Hier brauchen wir noch die Sicherung. Ach, hier. Oh, warum hat ihr das denn jetzt da nicht reingesetzt? Okay, ein Ventil. Dieser Magnet ist sehr stark und könnte etwas... Man könnte etwas mit ihm magnetisieren. Ich... Wir haben Nägel. Aber wir haben keinen Hammer. Ich würde ja mit der Schaufel gegenhauen. Das würde mit Garantie auch funktionieren. Oder hier mit dem Hebel. Aber... Die will das nicht. Da brauchen wir irgendwas zum Kabel kleben. Haben wir noch einen Schlüssel? Warte mal. Das Messer. Das Auto. Auch nicht. Warum? Schlitz doch einfach den Sitz auf. Kann doch nicht so schwer sein. Hier. Bunsenbrenner. Hä? Okay. Okay, wir haben eine Schau... Ach, gucke mal. Das ist mir ja vorher noch gar nicht aufgefallen. Steinplatte. Hier. Oh, was ein Geräusch. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. War das vorher auch schon so? Brecheisen. Könnt ihr mit dem Brecheisen hier diesen komischen Haken da noch abmachen? Nee, mit dem Blödding. Ähm, 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 ähm. Alles klar. Auch nicht. Pff. Hä? Okay. Okay. Okay, jetzt kommen wir doch... Die Baumhose hoch. Oder? Hier hat ja irgendwas von dem Haken gequatscht. Okay, wo hat sie das denn hingeschmissen? Allem Anschein nach hat der Makler das Mädchen gesehen. Vielleicht ist sie doch real. Das Flüstern, es erzählt mir Dinge, Dinge von denen sonst keiner weiß. Ich habe gerade das Mädchen im Fenster des Obergeschosses gesehen. Vielleicht hat sie sich verlaufen. Ich werde mal nach oben gehen und dann werde ich mich auf den Weg machen. Und danach werde ich nie wieder auch nur einen Fuß in das Haus setzen. Okay. So. Als erstes muss ich das Vorhängeschloss öffnen. Wir nimm doch hier Hammer, Messer, Schaufel. Klingt das doch da einfach rein und breche es auf. Wesen nicht. Ach, macht es sich aber auch kompliziert. Ich glaube, da guckt doch eh keiner mehr nach. Die Sisterne versperrt den Weg. Ach, guck. Es sieht alt und instabil aus. Eine Bürste wäre... Was? Nimm doch die Schaufel. What? Wahnsinn. Okay. So, war das jetzt der Raum hier? Ja. So, Hammer. Alles klar. Nur aber. Nur nochmal. Okay, jetzt muss ich die sortieren. Dann... Da... Äh... Hm. Okay. War schon richtig. Briefe. So ein... Boah, die Logik ist... Sollen die Briefe jetzt neben der Blume? Ich dachte, er muss ein Bild hin. So. Wo war denn das? Okay, ich verstehe es nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ah, ein Wimmel. Okay. Wieder lustiges Raten. Ah, ein Autoschlüssel. Okay. Okay, erstmal Schlüssel sammeln. So. Und so. Drei. Da. Sechs von elf. Sieben. Acht. Neun. Oh. Was hier klingt. Da, äh... Ist da etwas drunter. Andere Seite auch nochmal. Nö. Okay. In der Arschtasche. Da. Elf. Okay. Okay. Da brauchen wir immer noch was anderes. Knackt der vielleicht? Also ich fände es jetzt Quatsch, aber es ist ja eine Drahtzange. Aber wo? Wir haben doch noch gar kein Draht. Ah, den Hammer haben wir auch noch. Hm. Ach, hier ist ja auch noch was gewesen. Ich kann es nicht aufheben. Es ist festgeklebt. Nimm das Messer. Schaufel. Hebel. Klausung. Hammer. Okay. Will sie nicht. Ach, guck mal hier. Wir haben da jetzt so einen Megaschlüssel. Das klappt nicht. Natürlich nicht. 120.000 Schlüssel. Und es klappt nicht. Mit einem spitzen Gegenstand könnte ich es sicherlich entfernen. Hier. Oder mit einem Hammer drauf. Messer. Yeah. Vogelemblem. Hm. Okay. Das andere ist ja dann im Badezimmer. Was haben wir denn noch? Eine Drahtzange, einen Hammer. Ein Glasauge. Ich kann damit irgendwie überhaupt nichts anfangen. Und den Sinn von dem Raum habe ich aber auch noch nicht verstanden. Was haben wir denn noch Wasser angestellt? Achso, wir hatten noch Wasser angestellt. Jetzt haben wir wieder Wasser. Okay. Und wofür? Hm. Okay, jetzt haben wir so viele Gegenstände und ich weiß gerade partout nicht. Wofür? Ah, ha, 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 warte mal. Ach, das Emblem. Ey, ich habe jetzt ehrlich gesagt wegen dem Draht gedacht. Okay. Äh, warte mal. Schüssel. Okay. Das sieht aber nicht nach einer Mahlzeit aus. Milch wäre viel besser. Was? So, jetzt fehlt noch eins. Es fehlt noch eins und zwar das aus dem Badezimmer. Aber wir müssen das Badezimmer versiegeln. Wir brauchen dafür Kleber oder irgendwas. Und dafür wäre ja das. Und wie kriegen wir das aber ab? Mit dem Messer. Mit dem Hammer. Ich check es nicht. Oh, mir fällt ein. Ey. O-M-G. Ich habe... Wir haben ja eine Karte. Okay. Hier müssen wir irgendwas machen. Zugeschraubt. Dadurch kann ich mir auf keinen Fall Zutritt verschaffen. Ach so. Warte mal hier. Aber... Hä? Schädel geht nicht. Feuerzeug. Hier war ich doch aber vorhin. Und er wollte doch nicht. Messer. Messer. Hammer. Hammer. Ein paar Zange. Ich kann das Auto nicht starten. Oh. Oh mein Gott. Spachtel. Was? Ich hätte jetzt eher gedacht, hier... Uh, Sekundenkleber oder so. Okay. Wir gucken mal kurz weiter. Ja. Badezimmer. Okay. Mit Spachtelmasse. So, jetzt soll hier irgendwie auch noch was sein. Eine Lampe. Eine Lampe haben wir ja nicht. Da. Hä? Sicherung. Ja, haben wir ja nicht. Oh. Echt jetzt? War es das? Es war das. Eine Schiene? Wofür brauchen wir denn eine Schiene? Da fehlt immer noch eine Muschel. Das können wir noch nicht ohne Batterien. Okay. Nein, auch nicht. Das war oben. So. Aber... Diese Tür betreten wir bei einer neuen Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oben da. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen. Bis die Tage. Eure Inga Lientien. Tschö.